er hat tatsächlich noch mal freispiele geschmissen und auch über 80 k also mal gucken was er jetzt schönes gibt es fängt wieder gleich sehr gut an und 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 Musik Okay, verändert nochmal, nicht übel Nicht übel Da geht es sogar bestimmt noch über 90.000 Bis 100 wird es aber wohl nicht mehr reichen Oder, wer weiß Musik 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 Im letzten Freispiel echt noch eine Verlenkung gegeben, heftig Es kann sogar echt noch sein, dass es die 100.000 werden, das wäre absolut geisteskrank Musik 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 Ich dachte, er verlängert vielleicht wieder im letzten oder vorletzten Freispiel Musik Nochmal 17.760 Musik Und damit sind wir glaube ich über 100.000 Heftig Vielen Dank fürs Zuschauen, Bratanz Wir sehen uns im nächsten Video wieder Haut rein, Bratanz Macht's gut, tschüss Jo Bratanz, was geht ab? Ich hoffe euch allen geht's gut Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dolphins Pearl Freispiele, 50€ Einsatz Los geht's Wie immer, wenn ihr Bock habt auf mehr NovoLine Videos, unbedingt Kanal abonnieren, Video Daumen hoch geben Und dann starten wir rein in die Freispiele Musik Zweite Runde Verlängerung, fängt schon mal gut an Musik 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 Vierte Runde, viertes Freispiel, zweite Verlängerung, sehr sehr guter Start schon mal Musik 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 Oha 4.500 die 4 Fische Musik 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 hier mit vier perlen verlängern stark ich glaube das wird hier noch ein richtig geiler jackpot heute ja ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oha Heftig, was ist das? Zieht euch das mal rein 45.000, 5 Hummer Ja, krasser Scheiß. Was ist denn hier los, alter, heftig. Was ist denn hier los? 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 heftig zieht euch das ein ich glaube es sind die geilsten freispiele die ich jemals hatte bei dem spiel 75 76.000 kranker scheiß ich habe an den 80.000 vorbei vielleicht geht er gleich noch mal die freispiele rein dann kommt man noch auf 80 das wäre auf jeden fall eine geile sache also falls ihr mehr so geile videos sehen wollt unbedingt kanal abonnieren video daumen hoch geben schreibt doch gerne mal in kommentar in die kommentare was euer größter gewinn war das würde mich echt mal interessieren heftig so was habe ich noch nie gesehen und 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 Er ging sogar kurz über 80.000. Ich denke mal, man könnte entweder höher stellen, aber wahrscheinlich will ich mein Glück nicht überstrapazieren. Gucken wir mal, ob er nochmal Freispiele gibt auf 50 Euro. Ich denke eigentlich schon. Kapital ist ja mehr als genug da. Bis 75k oder so kann man noch probieren.